Also ich laufe wie immer durch den gleichen Park und letztens ist mir passiert, dass mir eine dunkle Gestalt nachgelaufen ist und die ist immer schneller geworden. Das war so das erste Mal, wo ich Angst empfunden habe. Ja, ich Gott sei Dank persönlich noch nicht, aber ich höre es immer wieder von Freunden und aus dem Bekanntenkreis, dass es immer wieder mal passiert. Dass ich auch in einer Notsituation, auch wenn ich keinen Kontakt zu meinem Handy habe, ein Safe-Word beispielsweise sagen kann, das dann für mich Hilfe ruft.